Willkommen! Ich bin Patrick Schüller und das ist GTDrops. Der kleine Bruder der Gelbtöne, der euch prägnante Highlights und exklusive Statements liefert. 300 Sekunden, ab jetzt. Denn gestern war jetzt zufällig der Mental Health Day, habe ich gesehen. Passt jetzt ganz gut. Deshalb, wie sieht es denn jetzt mit Bausteinen aus, die darauf abzielen, unsere mentale Gesundheit zu erhalten? Mental haben wir auch sehr viel natürlich in unserem Kursprogramm. Marie hat es vorhin schon angesprochen, Yoga, Meditation. Da haben wir auch immer die verschiedensten Kurse, teilweise auch gemeinsam mit der Akademie. Die bieten da auch einiges an. Gerade zum Thema Homeoffice war in letzter Zeit natürlich sehr gefragt, wie ich mit Stress im Homeoffice umgehe. Dann eben das meditative Malen, das hatten wir. Das hat in Göppingen angefangen. Das macht eine Kollegin dort von uns. Wollen wir jetzt dann aber auch hier in Satodorf anbieten, haben wir auch jemanden gefunden und wird auch sehr gut angenommen. Finde ich, ist auch einfach mal was anderes zur Entspannung nach der Arbeit zu malen zusammen. Also machen die natürlich relativ viele Damen, aber machen sie glaube ich sehr gerne. Ja und das versuchen wir auch immer wieder Mitarbeiter von LW dafür einzubinden. Also wir haben immer mal wieder interne Trainer auch. Und da kann ich auch nur wieder unsere externe Mitarbeiterberatung ansprechen, die unsere Mitarbeiter 24-7 wirklich auch an Weihnachten, Feiertagen jederzeit anrufen können oder eine Mail schreiben. Da ist immer jemand da. Wenn es irgendwelche Themen gibt, sei es privat, sei es beruflich, gesundheitlich. Und man kann sich wirklich mit so ungefähr jedem Lebensproblem an die SDG wenden. Und das ist natürlich auch vollkommen anonym. Das ist extern. Das ist nochmal eine leichtere Schwelle irgendwie für die Mitarbeiter. Also da ist ihnen klar, dass sie sich nicht an uns wenden. An Leonhard Weiß direkt uns dann womöglich zum Vorgesetzten durchdringt. Oder es ist wirklich jemand extern, an den die Mitarbeiter sich da wenden können. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für unsere mentale Gesundheit. Das ist wahrscheinlich auch in dem Fall der größte Baustein. Also vor allem die Mitarbeiterberatung, weil sie eben so viel abdeckt und losgelöst ist von Leonhard Weiß. Und es gibt keinen Informationsschluss hin zu irgendwelchen Stellen bei uns, sondern es ist wirklich für die Mitarbeiter, ohne dass das irgendwo intern landen würde. Und für alle vor allem. Also egal, wo man ist, man kann da anrufen. Und was auch dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hattest, Familie und Angehörige dürfen da auch anrufen. Ja, nicht nur Mitarbeiter selber, sondern auch sämtliche Angehörige. Also das ist auch stark. Ja. Wir haben uns in dem Fall zu Hause platziert, die Informationen muss man sich haben. Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall eine wertvolle Stelle. Ja. Vielleicht wollen wir die Themen auch kurz umreißen. Also es sind eben nicht nur die die richtigen Probleme. Also klar, gerade psychosoziale Gesundheit spielt schon eine Rolle, auch wenn man irgendwie denkt, Depression oder Burnout ist vielleicht ein Thema. Kann man da anrufen und kriegt auch Hilfe, kriegt vielleicht auch mal irgendwie einen Hinweis, wo man in die Therapie gehen kann. Vor allem haben die dann auch Plätze, die sie weiterleiten. Also du kommst über die SDG wesentlich schneller an irgendeinen Platz, sei es jetzt nur in psychologischen Fällen oder auch bei Ärzten, wenn du irgendwie Fachärzte brauchst. Die leiten dich einfach schneller dann weiter. Die kommen schneller an Termine ran, was ja heutzutage auch ein großes Problem ist. Ja. Über deren Netzwerke in dem Fall haben auch Vorteile. Genau. Aber geht auch um einfache, oder was heißt einfache, um leichtere Themen wie ganz persönliche Sachen. Wenn man irgendwie mal eine Entscheidung fällen muss und sich nicht sicher weiß. Oder ja, berufliche Konflikte mit einem Kollege und einem Vorgesetzten. Oder auch Betreuung und Pflege von Angehörigen, also von Mutter, Vater, aber auch Kinder, genau. Kinderbetreuung. Ich finde keinen Kita-Platz. Oder meine Tagesmutter fällt aus, ich bräuchte jetzt geschwind irgendwie einen Platz oder sowas. Also auch solche Themen, wirklich Themen, die einen einfach beschäftigen, die einem im Kopf rumspucken. Man kann da anrufen und bekommt Hilfe. Und darum geht es eben. Schnelle Soforthilfe, wenn das Leben mal Putzelbäume schlägt. Das ist so das Motto. Zum Thema Sucht auch, was wir ja vorhin schon hatten, kann man sich gut auch an die SDG wenden. Auch unsere Führungskräfte. Da gibt es einen speziellen Berater, der auch für unsere Führungskräfte zuständig ist zu diesem Thema. Und auch Schuldenberater gibt es dort, wenn jemand in die Richtung ein Problem hat. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Ja, super. Also von alltäglichen Problemen, mit denen ja jeder an einem gewissen Punkt zu kämpfen hat und man möchte ... Manchmal hilft es sich nur, mit jemandem zu unterhalten, der vielleicht auch mal out of the box ist, der da helfen kann bis zu sehr fundamentalen Themen wie Sucht oder auch dann finanzielles mit Schulden. Ich glaube, Hemmschwellen abbauen ist dann wohl ein wichtiges Stichwort. Cut! Hat dir der Drop gefallen oder du hast Anregungen? Dann sag's mir. Auf Response und Bewertungen von dir freue ich mich immer. Und solltest du noch nicht genug haben, dann hör gerne bei Gelbtöne direkt rein. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Drop. Ciao. Ciao.